Hallo Welt, heute mal aus meinem Keller. Nicht vergessen, wenn euch das Video nicht gefällt, auf jeden Fall einen Daumen nach unten geben. Wenn es euch gefällt, natürlich auch einen Daumen nach oben. Ich freue mich. Heute auch mal aus dem Keller, weil ich habe gedacht, meine neue Werkbank ist auf jeden Fall ein Vlog wert. Ich wollte einfach ein bisschen Ordnung in meinen Keller bringen und habe mir schon fast vier Jahre verschiedene Werkfläche angeschaut. Aber die sind relativ teuer immer. Und jetzt habe ich hier bei Hornbach eine Werkbank von Küpper. Ich mache vielleicht ein bisschen ein Rezensionsvideo darüber. Jetzt eine Werkbank von Küpper, Man in Germany. Echt gute Qualität. Ich zeige euch das mal. Ich bin noch nicht ganz fertig beim Einrichten. Auf jeden Fall habe ich hier die Werkbank. Ich habe mir da auch dahinter so eine Abschlussleiste, wie man es in der Küche kennt. mit besorgt. Die muss ich noch festkleben. Mein Schraubstock muss ich auch noch festmachen. Aber an sich eine echt coole Sache. Ich habe endlich Platz für alles. Und wenn ich mal alles aufgeräumt habe, da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Weil ich habe mir hier auf der Seite nochmal so ein, ja, so Schübe bestellt. Die kann man dann, die kann man dann hier, ja, voll für Effekt. Wenn man zwei Hände hat, geht es auch leichter. Ich lege das jetzt mal hier. Die kann man hier einfach nehmen. Jetzt habt ihr zumindest was zu lachen. Ich versuche gerade aufs Display zu schauen und gleichzeitig dahin, ja, ich bin noch nicht geübt mit der Kamera. Wie man vielleicht unschwer sieht. Auf jeden Fall kann man das dann schon runternehmen. Ich werde da schrauben oder überall machen. Ich habe hier genügend rumliegen. Ich habe da auch noch so eine ganze Box voll. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt genau mache. Auf jeden Fall habe ich hier so ein Set gekauft. Mit der Werkbank, mit dem Schraubstock, mit dem Oberteil, mit den zwei Schränken, Lochblech. Habe da drüben auch nochmal zwei. Habe mich da ein bisschen, wollte eigentlich noch so ein Dreier-Sack kaufen. Habe aber dann auch zusätzlich ein Einzel-Set dazu gestellt. Das wollte ich eigentlich rausschmeißen. Habe ich dann aber irgendwie verplant. Ja, da oben steht übrigens meine Pokale, die vor 100 Jahren mal im Eishockey so erworben wurden. Unter anderem bester Torwart und bester Torwart. Den muss ich reparieren. Der steht jetzt hier. Der ist irgendwie beim Umzug mal kaputt gegangen. Ja, aber zurück zur Werkbank. Ist eigentlich ganz cool. Ich habe mir da natürlich noch so Einlagen gekauft. Kann man separat dazu kaufen. Standemessig sind die nicht dabei. Einmal hier und einmal hier. Dann habe ich hier noch mehr Stauraum für diesen ganzen Kleingraums. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das machen soll. Damit ich mich da auch zurecht finde und alles reinpasst. Aber ja, das werden wir sehen. Gibt es verschiedene Boxen. Ist auch so ein ganzes Set dabei. Und ja, hier ist einfach eine schwarze Gummimatte mit drin, dass das eben dann verrutscht. Dann ist das alles hier fest. Und wenn man es auf und zu macht, dann bleibt es auch an Ort und Stelle. Hier habe ich mir noch so zwei Zwischenböden mitbestellt. Das sind standardmäßig auch nicht dabei. Ja, und dann natürlich hier so Kram, so Einstecker, damit man die Raumzieher und die Schlüssel für die ja immer extra dieses Ding da bestellt. Bis ich dann festgestellt habe, dass ich gar nicht so große Schlüssel habe. Dann muss der Haus halt erst noch wachsen. Ja, war hier für Hammer. Die lassen sich dann so hängen oder solche Sachen kann man gut aufhängen. Oder eben da drüben dann so Haken für die ganzen Wasserwagen und Sägen und das ganze Graffel. Und auf der anderen Seite ist es auch cool. Da kann man hier diese Zwischenböden einfach einhaken und dann kann man Sachen draufstellen. Ja, und dann ist alles aufgeräumt. Und ja, ich muss jetzt nur noch diese 100.000 Schrauben und Bübel irgendwie unterbringen. Und dann ist das alles fertig. Und dann kann es losgehen mit was auch immer ich eigentlich machen will. Ich drehe mich jetzt mal hier wieder um, dass man mich sieht. Ja, mal gucken. Ich will ja nichts bauen oder so. Ich wollte einfach Ordnung und habe mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwie ein Regal kaufe, das ist ja auch ein bisschen was kostet. Mach es gleich gescheit. Man weiß ja nie, so einen Schraubstock kann man auch immer brauchen. Habe ich auch schon braucht, als ich letzte Woche was zusammengebaut habe. Da ist nämlich so ein, wo muss ich hin? Ne, hier ist nämlich so ein Amboss mit dabei. Ist schön, wenn man irgendwas drauf haben muss und so. Ich musste eine Schraube festklopfen in so ein kleines Löchchen rein. Cool, hat sich schon rentiert auf jeden Fall. Zum Preis, es gibt ja ganz viele verschiedene Shops, wo eine reine Werkbank 2 Meter 1.000 Euro kostet. Ohne irgendwas dabei. Deswegen hat es bei mir auch knapp vier Jahre gedauert, bis jetzt mal was gekommen ist und endlich Ordnung in die Bude kommt. Das ganze Ding hier hat jetzt ungefähr 650 Euro gekostet. Finde ich echt einen guten Preis. Vor allem, weil man es flexibel zusammenstecken kann. Die Qualität ist echt gut. Küpper, Made in Germany. Also ich kann es nur empfehlen. Habe jetzt noch nicht so viel damit gearbeitet, aber habe es aufgebaut. Aufbautipp noch. Durch das, dass das Ganze natürlich modular ist. Man kann hier nochmal alles verlängern, man kann die länger machen, man kann hier noch Schränke dazu machen, man kann das ums Eck machen und so weiter. Kleiner Tipp, Bedienungsanleitung gut lesen, weil ich musste ein paar Sachen wieder zerlegen, weil ich habe zum Beispiel das hier irgendwie zusammen gemacht. Und dann danach musste noch, musste ja das noch daran festgemacht werden. Und durch das, dass das hier auch festgemacht wird, musste ich die Schrauben, die hier oben drauf sind, wieder lösen, damit ich das hier festmachen kann. Deswegen einfach Bedienungsanleitung gut lesen, ist sehr verständlich. Aber wenn man es nicht weiß, macht man natürlich von Schritt 1 bis 100 alles durch. Hat sich bei mir dann gerecht. Ja, es ist kein großer Aufwand, aber hätte man sich sparen können, vor allem die Schrauben, die dabei sind, die sind relativ klein. Man braucht einen Schraubschlüssel und einen Schraubenzieher. Ja, hätte man vielleicht einen Hinweis setzen können, sollte es jemand sehen von Kipper. Hinweis, Achtung, modular, eventuell wieder lösen, wäre ganz cool, aber war nicht drauf. Und deswegen sind das zwei Schrauben, die man lösen muss und dann ist das auch halb so schlimm. So, wie gesagt, wenn euch das Video nicht gefällt, einfach einen Daumen nach unten geben. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Nur eine kurze Frage an euch. Vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp, wie ich das jetzt mit diesen Schrauben und Dübeln hier mache und muttern an dem ganzen Graffel. Ja, würdet ihr eher in diese Boxen Schrauben tun oder lieber Dübeln oder würdet ihr sagen, nein, lass doch das alles in diesen ganzen Kartons drin. Das ist schon beschriftet. Beschriften könnte ich es aber hier auch. Oder würdest du lieber das hier nutzen? Vielleicht hast du da oder habt ihr da Erfahrung. Wie gesagt, für mich ist es die erste Werkbank. Ja, danke für jeden Tipp.